So, this is, I forget the name of the restaurant, I think it's Harberhaus. Harberhaus, where you can get oysters. Kokic. Kokic is nothing to eat, it's something you have to pay. Ja, jetzt mein Ansatz, Leute, wir sind hier im Harberhaus. Das ist ein Victoria & Alfred Waterfront. Und man hat hier einen echt schissenden Ausblick. Ich gehe mal kurz mit euch so ins Wasser. What I do is to go with you to the water. So ein Shopping-Paradies hier für die Girls. So, was sieht das? So, was ist das hier? Ja, man kann jetzt weg hier schon zu trinken natürlich. Oh, jetzt sind wir mal Shopping. So, jetzt sind wir mal. Jetzt sind wir mal. Vielen Dank.